Yo Leute, was läuft, was geht? Gamble Joey ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute im Amun-Ra-Casino. Ihr habt es gesehen, vor meinen ganzen Best-of-Videos hatte ich da mal eine Balance von 2000 aufgebaut. Die werden wir heute nutzen. Also die komplett hoffentlich. Im Optimalfall auch hochspielen. Ich hatte auch schon ein, zwei andere Videos gemacht, aber leider war der Ton kaputt. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr die trotzdem sehen wollen würdet. Ja, man hört halt nur den Spielton und nicht meinen Ton. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Habt ihr aber sogar gut rausgeholt bei einem. In Ramsesburg. Naja, könnt ihr mir ja schreiben. Je nachdem. Genau, heute aber Amun-Ra-Casino. Balance 2000 Euro. Ich hoffe, Pragmatic Play Doghouse Letia. Ja, genau. Ich würde sagen, ich kaufe einmal für 420 Euro. Mit der Balance geht das ja, würde ich behaupten. Wir gehen direkt mal rein. Ihr kennt mich, ich nehme die Linken. Heute könnte ich auch einmal die Rechten nehmen. Ehrlich gesagt. Vielleicht bringt es auch mal was. Wir brauchen Nöten, Nöten, Nöten. Sonst ist öde hier. Ich habe jetzt keine Lust für 400 Euro. Jawohl. Jetzt, weil es die 3 und 4 macht, wird es schon reichen. Komm, 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 komm. Ne, mach da nicht. 42 Euro ist mad. Weiter. Ah, okay. Jetzt, komm, ein Bild. Schade. Die waren eigentlich gut angeordnet. Aber waren halt zu wenige. Hier muss noch was hin. Malz 4 und 5. Was war jetzt? Komm, ich hole noch einmal. Komm, mach mal 4. Ding, ding. Ding. Schade. Amun-Ra-Casino, wie gesagt, heute. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das ist echt langwierig. Ich hoffe, euch eigentlich geht es besser. Komm, hau rein. Ja, man. Ich habe so Bock gehabt. Jetzt komm schon. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, jetzt auf Halse. 4. Please, weil es zu viel. Komm, 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 komm. Mach wenigstens in den Wild rein. Ah, okay. Das ist aber auch schon gut. 208 Euro. Nice. Jetzt ein Bild. Komm, komm, komm. Hund, Hund, Hund. Oh. Wie viel ist das? 441. Ja, man. Noch ein. Ja, der Hund hat alles gerettet. 700 Euro. Wir sind zurück auf zwei Männer. Nice. Nice. Ach, ich habe es gesagt. Ich werde es jetzt mal machen, außer wir kriegen vier Scatter. Okay, drei. Ich werde jetzt mal die rechten nehmen. Die nehme ich ja nie. 360 Euro Einsatz. Hier geht es schon wieder rund. Okay, nice. 518. Was? Was ist denn hier los? Geiles Ding. Geil. Ja, schade. Weil C3 wäre noch gut gewesen. Aber ey, kann man nichts sagen. Ja, schade. Da braucht man schon viel Lack. Hatte ich ja zum Glück. Okay. Jetzt was landen. Ja, nice. Was landen? Ja, daran hapert es dann meistens. Ah, 596 Euro. Super gut. Super gut. Jetzt die Frage, was macht man, ne? Wir sind hoch auf. Ja, komm, holen wir mal einmal für 420 und kriegen vier Scatter. Come on. Let's go. Ah, schade. Ich nehme wieder die Linken. Jetzt mal so eskalative Freispiele direkt. Okay. Ja, nice. Mal drei. Ein paar noch rein jetzt. Nicht aufhören. Ah. Ja, dann mach Weizen 4x2 wenigstens. Ah. Das gehört auch dazu, ne? 63 Euro, okay. Schade. 135 minus 300. In den Fries. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal was Verrücktes. Ich probiere jetzt mal ein bisschen auf 20 Euro. Vielleicht kommt da was. In den Base Game. Direkt ein Hit. Da kann er ja auch richtig knallen. Boah, wenn er so reingehen würde, wäre er phänomenal. Ah, das sieht so heftig. Ne. Das ist zu krass. Auf 10 Euro vielleicht mal probieren. Schade. Die erste wäre schon gut gewesen. Das ist, glaube ich, hier nicht so die Idee gewesen. Let's go. Boah, ob das die richtige Entscheidung war. Komm, mach nochmal ein Tausender. Hütten, 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 hütten. Okay, einer. Come on. Okay. Jetzt zwei Hütten noch. Komm schon. Komm, 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 komm. 83 Euro. Jetzt wird hier alles wieder runtergezogen. Jetzt wurde ich gierig. Schade, vier Stück wäre mal gut. Komm, jetzt bringen wir uns wieder ein bisschen hoch. Balance auf 932 nur noch. Okay. Jetzt mal eskalative Freispieler. Jetzt zwei Hütten noch. Nice, 160. Schade, paar Hütten mehr wäre gut gewesen. Okay, nice. Ah, Geld zurück. Geld zurück. Ding, ding. Ach, schade, ey. Viel Scatter wäre es doch mal. Jawohl. Jawohl. Jetzt nochmal zwei Hütten hinterher. Der gibt dann immer direkt auf, ne? Mach nochmal zwei. 152 Euro. Ach, Leute, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, ich war einfach zu gierig. Würde ich sagen. Ich sage ja immer wieder, gier frisieren, ne? Leute, gier frisieren. 480, wollte auf 5, aber... Können wir jetzt noch machen. Komm, jetzt ballern wir uns mal ein Bild hier in den... ...normalen Spielen. Finden zwei Scatter. So reinkommen ist aber auch irgendwie fast so möglich geworden. Ja, ich würde sagen, das war es dann für heute. Leider hat es nicht geklappt. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann es wichtig machen und spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein, macht's gut. Euer GambleDui. Ciao.